Hallo liebe Leute, willkommen wieder hier auf meinem Kanal und es geht los. Die Adventskalenderzeit ist eröffnet und wie in vergangener Tradition möchte ich euch auch dieses Jahr wieder die exklusivsten und besondersten Adventskalender zeigen, weil ich glaube ich nicht irgendwelche Kalenderbücher zeigen, oder? Wenn ich was sehe, zeige ich sie euch aber. Denn ich habe ja letztes Jahr angefangen euch die Adventskalender nur zu präsentieren. Viele sagen, oh das ist ja schon, ist ja noch viel zu zeitig, hallo es ist erst Sommer. Die Kalender werden wie Kalender, Kalender, ne Kalender, alle im Mai, Juni kauft. Das hat einfach den Grund, dass sie wissen, wie viel haben wir verkauft, wie viel brauchen wir noch oder haben wir uns verschätzt. Das hat einfach, dass sie pünktlich fertig werden und dass sie das ordentlich planen können, dass jeder von uns seinen Adventskalender seiner Liebe bekommt. Das hat also nichts damit zu tun, es ist viel zu früh, sondern das hat einfach was mit der logistischen Planung zu tun, die die Firmen jetzt schon betreiben müssen, damit alles reibungslos abläuft. Weiß aber nicht, dass du deinen Adventskalender jetzt kaufen musst, sondern dass du dich jetzt informieren kannst. Denn es gibt ja für jeden verschiedenen Menschen auf unserer Welt Adventskalender. Der eine mag den, der andere mag den. Und das habe ich auch mir gedacht, dass ich euch auch verschiedene Adventskalender zeige, die vielleicht jetzt von der Hauptwerbung ausgeschlossen werden und nur für den Insider etwas sind. Über die Firma habe ich mich aber nicht informiert, das heißt, ich habe keine Ahnung, ob die Firmen gut sind. Das sage ich euch auch vorher, also wenn ihr dort bestellt, schaut bitte selber nach, ist die Firma seriös? Vertraut ihr der Internetseite? Vertraut ihr den Anbieter? Seid ihr mit dem Produkt zufrieden? Dafür gebe ich nicht meine Sicherheit ab und lege keine Hand ins Feuer für euch, sondern da müsst ihr euch bitte selber drum kümmern. Und ich biete euch nur die Infos, wo es welche Adventskalender gibt. Ob ich mir davon welche selber kaufen werde, kann ich euch auch nicht sagen. Ich werde nur zwischendrin immer mal meine Meinung zu Adventskalendern sagen, wenn ich diese hatte oder bereits schon öfters gesehen habe, ob es sich lohnt oder nicht. Dieses Video hier ist übrigens nicht sortiert, das heißt, die Adventskalender kommen jetzt in einer freien Sortierung. Die sind jetzt nicht fix, dass ich sage, ja, das, 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 sondern da müsst ihr euch ein bisschen selber dann das sortieren, was euch interessiert. Links zu den Kalendern findet ihr unten. Der erste Kalender ist von der Firma Hecht und Barsch. Habe ich noch nie von vorher gehört. Und, aber das Motiv sieht echt toll aus. Der kostet 99,99 Euro. Hat ein Warenwert von 230 Euro. Und wir haben drin alles, was man zum Angeln braucht. 15 erstklassige Raubfischmarken, Gummiköder, Hardweights und verschiedene Metallköder. Die Köder steht erklärt. Es gibt sogar noch ein goldenes Ticket, was man vielleicht haben könnte. Und tägliche Jackpot-Chance. Ja, also ein... Äh... Na, die haben halt so Angelsachen. Ein Adventskalender mit Angelzubehör. Wen sowas interessiert, ich denke mal, das ist schon cool. Der nächste Kalender kommt von der Firma, äh... Pünge. Pünge. Pünge, würde ich sagen, heißen sie. Ähm... Wir haben hier einen Kalender, der kann vorbestellt werden. Kostet 230 Euro. Und, ähm... Man hat halt hier... Ähm... Vier Pakete. Ne, da sind halt Stoffe enthalten. Und alles, was man dann noch passend dazu braucht. Das heißt, es ist eine Firma, die... Ähm... Damit ihr das seht. Stoffe verkauft. Damit ihr das mal seht. Ne, so sieht dieser Stoff dann aus. Und, ähm... Ihr bekommt dann immer Metapreise, ne? So teuer ist der Metapreis. Und die haben, wie sagt, ein Adventskalender mit zufälligen... ...Bruckten Stoffauswahlen. So wie ich das jetzt hier lesen konnte, ne? Dass ihr euch dann halt, wer an sowas Interesse habt, hat, selber seine schönste Kleidung kreieren kann. Weiter geht es mit Diamond Painting. Und da muss ich, äh... Dachte ich erst, okay, aufs Verkauf. Ne, das hat sich, äh... Irgendwie verändert. Das sah ja nämlich vor kurzem noch anders aus. Auf jeden Fall haben wir wieder von Picmondo. Das ist, glaube ich, mit der teuersten... Also, einer der teuersten. Ist erst nicht der teuerste, aber mit einer der teuersten Diamond Painting Shops, die es gibt. Und die haben wieder ein sehr schönes Design, muss ich sagen. Wir haben halt hier diese einzelnen Boxen. Hier steht schön aufgelistet, was drin ist. 24 geheime Überraschungen. 16 Artikel, die es im Shop nicht gibt. Wert des Inhaltsliegs bei ca. 299,95 Euro. Perfekt für eine schöne Weihnachtszeit. Im Vorverkauf kostet der Kalender dann nur 129,98 Euro. Und es gibt nur 1000 Exemplare davon für Anfänger und Profis geeignet. Und wie ihr seht, der ist jetzt schon tatsächlich teurer geworden. Der ist jetzt... Der Preis liegt aktuell bei 169,97 Euro. Abversand kostenfrei. Ähm... Warum jetzt hier dieses... Achso, ich bin da wahrscheinlich drauf. Ich hoffe, ich klicke das weg, aber... Ne. Ich weiß, gebe ihr mich hier unten noch einen Text, aber... Da steht jetzt tatsächlich auch nicht mehr viel dabei. Infos packe ich euch unten rein. Also wer sagt, so einen teuren Kalender, der ist aber was für mich. Ich mag die. Es gibt auch Unboxings auf YouTube von denen von letztem Jahr. Das heißt, da könnt ihr euch schon Gedanken machen, was ungefähr drin sein könnte. Nur, dass ihr eine ungefähre Ahnung habt, was euch bei so einem Adventskalender erwarten tut. Der nächste ist wieder was für Liebhaber, für Tiere. Und zwar ist es der von der Firma Pony-Schwester. Wie läuft Ponys und die haben halt hier den Adventskalender im Vorverkauf für 199,90 Euro. Man kann dann hier für sein Pferd alles auswählen, sodass man halt den entsprechenden Kalender für sein Pony bekommt. Warenwert 300 bis 400 Euro und hier steht sogar, wird Mitte November verschickt. Wer also ein Pony hat, der wird auch bei dieser Internetseite fündig und bekommt für diesen Daten einen Adventskalender. Weiter geht es mit so einem Mischmaschkalender. Die Trendrader-Box kennt wahrscheinlich viele. Die haben auch wieder hier ihren Adventskalender im Vorverkauf. Der aktuell zu erhalten ist für 129,95 Euro. Die Fonds erfolgt Mitte November 24 und der Warenwert soll über 200 Euro liegen. Genau, und mehr findet man da jetzt auch nicht zu. Was einen erwarten könnte, nur Lifestyle-Produkte, reiche Fitnessfood und Lifestyle. Schaut einfach euch auch dazu ein Unboxing aus dem letzten Jahr an, sodass ihr auch da ungefähr wisst, was euch erwartet. Dann haben wir die Warteliste, da könnt ihr euch eintragen für die Warteliste für den Adventskalender 2024 von Nauti Nutz, also Nüsse. Hier haben wir die Rezession aus dem letzten Jahr. Wir haben aber, wie gesagt, auch hier keine weiteren Informationen, was einen genau erwartet, auch nicht wie der Preis sein wird. Es ist aktuell nur eine Warteliste. Wer aber sagt so Nusskalender, oh ja, das liebe ich. Ich weiß auch letztes Jahr, der war gut und der hat mir gefallen. Dann könnt ihr euch jetzt dann auch auf die Warteliste setzen. Dann haben wir YouTryMe. Und da bin ich ein bisschen verwirrt. Denn ich habe tatsächlich, das steht auch oben nicht hier Sonderverkauf. Ich bin verwirrt, warum hier steht Early Bird Rabatt bis zum 31. März 2024. Wenn wir doch jetzt aktuell den 15.05. haben, ne? Kann sein, dass die das hier oben falsch geschrieben haben, die Internetseite. Was ich schon sagte, auf eigenes Risiko, jede Bestellung, da bin ich jetzt nicht für verantwortlich. Sonst schreibt doch die Firma einfach an und fragt nach, ist dieser Preis dann der Preis, den ich auch wirklich bezahle oder habe ich hier was anderes, ne? Wir haben auf jeden Fall hier stehen, das ist jetzt im Vorverkauf, der 39,90 Euro kosten soll. Wir haben hier ein Versand, ein Bahnwirt über 130 Euro und dass der Versand ab Anfang November erfolgen wird. Versand kostenfrei. Enthält Alkohol, limitierte Stückser und 24 Türchen. Mehr haben wir auch hierzu noch nicht stehen. Schaut euch auch dazu einfach ein Unboxing aus den letzten Jahren. Dann haben wir Adventsum, ne? Der Premium Adventskalender. Tatsächlich haben wir hier nur ein Benachrichtigungsfeld, wo ihr euch anwenden könnt. Und dann wisst, wann ihr euch den kaufen könnt. Ja, haben wir gesagt, von 20 Startup-Produkten Sachen enthalten und 4 Spenden für gute Zwecke. Rabattcodes, kostenloser Versand. Dazu gibt es definitiv auch Unboxings vom Jahr zuvor. Dann geht es weiter mit einer Instagram-Seite, weil das habe ich tatsächlich nur dort gefunden. Wir haben halt hier auf der englischen Seite das stehen. Ich habe aber geschaut, also es wurde mir auf der deutschen halt angezeigt. Und zwar von Ice Wash, ne? Ice Wash Jewelry. Also, ja, Schmuck, ne? Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie man die Firma ausspricht, weil ich habe mit denen ja noch nie bestellt. Kann ich euch deswegen nichts dazu sagen. Aber auf jeden Fall haben wir hier von denen die Adventskalender-Anmerkung, wann das hier schon jetzt geplant ist, was so ungefähr enthalten sein könnte. Ich habe es einfach jetzt nur so schnell gefunden und habe es daher noch dazu getan. Dann geht es weiter mit, ja, ein Shop, der nennt sich MWK-Shop. Ähm, Mil-Wau-Ki heißt der, glaube ich, Mil-Wau-Ki. Ähm, wir haben hier den Adventskalender. Fünf Türchen für 95,08 Euro, wenn man halt mehr bestellt. Verfügt wir ab den 15.09.24, aber ihr könnt den bereits vorbestellen. Ähm, man kann auch hier schon tatsächlich den Inhalt sehen. Wir haben ein Bandmaß, ein Klappschlüssel-Set, ein Stift-Feinschrauber-Dreh, ein Kompaktmesser-Schärfer und eine Stirnlampe. Also wer sich mit Werkzeug und, ähm, dazu, äh, enthaltenen Produkte gerne beschäftigt und mag, der wird hier bei diesem Shop auch fündig. Weiter geht es mit Papier und Fäder. Da haben wir einen Adventskalender, eine Vorbestellung für den für 95 Euro. Und man sieht halt hier unten ein bisschen, was die so schönes anbieten. Ähm, wer das Basteln mit Papier, Junk-Journal und Papier und Fäder mag, wird diesen Adventskalender richtig liegen. Wird mit diesem Kalender richtig liegen. Entschuldigung. Genau, und der wird ab November versendet. Ja. Genau. Also, da gibt es halt dann schöne Designsachen zum Basteln. Und weiter geht es dann noch mit Stoff. Und zwar, ähm, den, äh, Danish Pur Adventskalender Sparfüchse oder Wollneulinge Größe Mini. Das heißt, ne, wir haben halt hier Stoffe. Und daraus wird dann halt der entsprechende Adventskalender irgendwas zusammengestellt. Ähm, die Stoffe im Kalender haben einen normalen Verkaufspreis von etwa 118 Euro. Und aktuell ist er halt ja erhältlich von 89 Euro im Vorverkauf. Ähm, weiter geht es noch mit einem Diamond Painting Adventskalender. Da haben wir von Tini, äh, Schnickschnack. Genau, da hatte ich mich verguckt. Der ist tatsächlich im Vorverkauf schon ausverkauft. Weiß aber, der kommt dann nochmal rein. Sollte tatsächlich dann wieder vorhanden sein, werde ich ihn auf jeden Fall in neuen Videos auf jeden Fall wieder mit reintun. Ähm, die hat auch eigentlich immer schöne Diamond Painting Produkte halt, so, ist halt nicht nur reines Bild Diamond Painting, sondern halt viel solche Sachen zum Hinstellen oder Hinhängen. Und, ja, da hat sie halt hier schon die Informationen so ein bisschen zu den Adventskalendern geschrieben. Nur, dass ihr da schon mal wisst, es kommt einer. Ja, der Vorletzte, den ich gefunden habe, ist auch wieder ein Warteliste für den Adventskalender von Besser im Glas. Der war sehr begehrt mit Bio-Tee und Gewürzen. Und jetzt kann man sich dann schon mal eintragen lassen, damit man den dann nicht verpasst, wenn man Fan ist. Und zu guter Letzt habe ich noch einen gefunden, das muss ich sagen, den fand ich eigentlich sehr witzig, ne? Ähm, Entschuldigung. Ähm, der wird definitiv auch Abnehmer finden, glaube ich. Das ist voll Messerkonto. Und zwar der Böker Plus Adventskalender. Das Afex Mini. Für 129,95 Euro. Lieferung erfolgt ab dem 1.10.24. Und man kann sich hier, und zwar einen, ähm, ja, so ein Taschenmesser. Vielleicht kann ich das Bild mal euch größer zeigen. Ne, ein bisschen kann man es sehen. Also ein eigenes Taschenmesser zusammenbauen. Genau. Ein, in 24 Schritten zum Böker Plus Taschenmesser. Wer also sowas von Spezielles mal sucht, vielleicht auch für einen Partner, der sowas mag, der wird hier auch was Schönes finden. Das waren meine aktuellen Adventskalender für euch. Obwohl ich überlege, gerade hatte ich nicht noch einen. Moment, ich glaube, ich hatte doch noch welche. Mir fällt gerade ein, dass ich noch welche hatte. Ich muss nur gerade mal gucken, wo ich die hingetan habe. Ich mache die mal alle auf. Naja, alle öffnen. Weil ich kann wein, dass ich die jetzt hier mit reingetan habe. Ne, den hatten wir. Es fehlt einer. Und zwar, es fehlt tatsächlich ein Adventskalender. Und zwar der von Puley. Den hatte ich auch rausgefunden. Und den hatte ich tatsächlich noch nicht gespeichert. Fällt mir gerade auf. Der ist mir irgendwie abhanden gekommen. Brandnose hatte ja auch seinen Adventskalender im Vorverkauf. Aber, ähm, momentan nicht mehr. Aber, ich denke mal, da wird es immer mal wieder noch Angebote geben. Ähm, ich hatte den eigentlich gesehen. Genau, der Adventskalender 24. Genau. Dann packe ich den euch auch noch dazu. Das heißt, wir haben also praktisch hier noch einen Preset, der 10 Tage gilt. Und da bekommt ihr halt dann einen Schmuck-Adventskalender, ein Mini-Bestes-Angebot und ein gravierbarer Echt-Schmuck-Adventskalender. Das, boah, hatte ich vergessen. Tut mir leid. Den hatte ich schon gesehen. Den hatte ich aber vergessen. Das sind jetzt aber die aktuellsten Adventskalender. Cool, wir können ja mal schnell bei Brandnose mal vorbeischauen. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, die hatten jetzt die nicht mehr dabei. Nee. Also, Brandnose hat, wie gesagt, aktuell seine, ähm, Adventskalender nicht im, in der Vorkauf. Also, jetzt nicht mehr im Vorverkauf. Die hatten die aber jetzt aktuell nicht mehr. Ja, gut, ich habe euch jetzt die neuesten News gegeben. Ich hoffe, es gefällt euch. Würde mich freuen, ähm, dass ich euch mal wieder die Adventskalender, die etwas anders sind, gezeigt habe. Plus halt Schmuck, die ihr wahrscheinlich bei den Influencern und YouTubern schon gesehen habt. Aber ich wollte sie natürlich mit dazu tun, nur damit es halt vollständig halber mit erwähnt wird. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss.